Was ist da hin? Da! Ach! Nein, flieg nicht runter, Mensch! Ich hasse das so sehr. Wo ist der hin? Da ist er, da leuchtet es so schön. Nicht runter, oder? Vielleicht geht das doch? Der zieht mich nicht weiter unten. Unser. Einmal hoch. Der erhebt sich wieder. Okay. Oh, Mann! Was hast du denn jetzt? Der fliegt immer nach unten! Wer? Der scheiß Drache! Der bleibt nicht mal stehen! Der will immer nach unten! Jetzt da aber! Und der fliegt wieder runter! Kack, kack, kack das Holz! Ja? I've got a present for you! Äh, present von mir! Donuts! Autsch! Ja, kack, kack das Holz! Oh! Wow! Nice! Habt ihr ne coole Idee, was ich malen könnte? Und dann anbieten könnte zum Verkaufen? Soll ich? Äh, nochmal! Ich würde gerne was machen! Aber ich weiß nicht was! Oh mein Gott! Er steckt fest! Er steckt fest! Er steckt fest! Oh, Sticker ist immer so ein... Hm... Nee, Sticker ist immer so... Was ist das teuer? Oder? Doch, Sticker? Aber was für ein Sticker? Vielleicht ein Fröning-Sticker! So, der Charakter einer Blume oder so! Ich hab ihn getroffen! Ah! Wo ist der hin? Das ist Steven! Das ist mein bester Freund Kevin! Hallo Kevin! Kevin! Schrei nicht so erschläfen gerade! Hi Kevin! Hi Kevin! Ich hab mich schon mal so verschossen, ey! Ich hab noch einen Explorer Note gefunden! Moment, gehst du vor! Ich bin so... Ach so, okay! Ich hab ein Schild gemacht! Ich bin so ein Vollidiot! Das Wasser sieht so schön aus auf der Ecke! Nein! Äh, Fox? Ich hab den Arm von dem Scheiß Drachen getroffen! Ich bin weh hierhin, aber... Bisschen hier... Ja, schwebendes... Oh, Mann! Schwebender Schwebi! Schwebender Schwebi! Ich treff den nicht! Planlos geht kein Planlos! Oh, Mann! Oh, Mann! Mal umdrehen! Und? Ja? Hast du morgen früh schon was vor? Ich denke mal, ich werd ein bisschen COD zocken, warum fragst du? Weil ich dich mal fragen wollte bezüglich dem, was ich dich vorhin gefragt habe! Lauf zu... Genschen, oder was? Hm... Aber nicht mehr wohl die Woche! Ich muss mal kurz was schlauen, hier! So! Ich mein, wir können ja auch zuerst COD und dann ein bisschen Genschen, das hätte ich dann noch mit vorschlagen wollen! Ich hab jetzt grad noch... Ich hab jetzt grad noch... Ich hab jetzt grad noch was so los dazu... Ich hab jetzt grad noch was so los dazu... Das ist doch nicht was, dass ich immer den scheiß Flügel von meinen Drachen treffe, ey! Der hat schon... 4... 4 Pfeile da drin! Brauchst du euch was? Äh... Dennis, haust du grad Holz weg, oder was ist da los? Nee... Ich bin immer noch am bauen... Wer haut denn da hinten Holz weg? Du, Mini? Äh... Robert, ich brauch Holz! Ich hab mir jetzt... Soll's mir... Dax, siehst du Back! Ja, ich finde es... Entschuldigung, ich war auf Mute anscheinend... Nein... Das... Das... Das Dirk... Das Dirk Dirk ist wieder da? Ich bin wieder da! Dirk Dirk ist wieder da! Ey, jemand hat mir... Jemand hat mir nicht geglaubt, dass Trixi... ...den Knopf drückt, ohne dass ich was zu essen in der Hand hab! Und? Ja, aber Trixi drückt den Knopf, willst du sehen? Ich hab's schon gesehen und ich kenn das und das ist voll süß! Ich will sehen, das ist bestimmt voll süß! Ja... Na klar! Der hat das Spiel durch gespielt! Das Leben! Der hat jetzt das Leben durch gespielt! Ich muss erst den Knopf rausholen! Welchen Knopf überhaupt? Äh, das ist einfach so ein Knopf von so'n Spielzeug! Ach so! Und wenn man da drauf drückt, dann kommt da Essen raus und dann schlägt Trixi zu! Hier, warte da! Ich hab Stream an! Trixi, sitz! Oh, warte, 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 warte! Ich muss mir das ansehen! Ich bin drinnen! Okay, hier! Hier ist der Knopf! Das ist das Gerät! Trixi ist hier! Ja! Nix zu essen! Mach mal Sitz! Jetzt die Knoppen! Knopf! Warte! Ich bin nicht schlecht, dass wir drücken! Knopf! 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 Und wenn er auf dem Boden liegt? Dann ist der Wetti! Ha ha ha! Tun! Tun! Volltreffer! Was ist, wenn er rückwärts ist? So, also so, dass er nach unten schaut, der Knopf! Oh! Das ist süß! Knopf! Knopf! Ich bin nicht so voll am Schlauchstich, ne? Ja! Dann gibt's trotzdem was! Du stecken bleiben! Wunderschön! Ich weiß ja, dass die hier oben... Nein, 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 nein! Nein! Ich meine, der kann auch andere bräuchten, ne? Kann auch dieses hier! Oh, wieso... Wieso geh ich immer runter? Wieso bleib ich immer stecken? Und Schuss! Boah, ich hasse Quetzalz! Die sind echt schwer zu zähmen, ja! Vor allem der blieb stecken! Und dann fliegt er einfach wieder in die andere Richtung und kommt wieder raus! Hase? Hast du ne Sechel? Äh... Wie schaff ich das von diesem Berg nehmen? Ich hab grad keine Beine... Nee... Scheiße! Wieso, aber, aber, aber... Ich möchte... Ist'n der hin? Oh, aber die wollen was... Natürlich! Er fliegt wieder hoch! Geht weg! Ihr geht auf meine Konzentration, Alter! Weil ich... Ich passte hier grad so ein bisschen rum, um auch so ein bisschen... Äh... Alter, der kommt runter! Ich bin mal gespannt, was du sagst, wenn ich hier fertig bin! Mh... 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 Alter, überhaupt nicht... Mh... 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 Alter, hör auf! Mach bitte nicht! Gebe... Mh... Mh... Mein ganzer Bildschirm... Jedes Mal, wenn ich auflevel, wird mein ganzer Bildschirm mit irgendwas zu gespammt! Mh... Mh... Ach so, ja! Boah, das ist richtig nervig! Guck mal! Aber dafür hast du alle! Jetzt mal verliegen, dann hier und landen! Genau hier auf dem Stein! Stein! Mh... 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 Übrigens, es gibt Donuts im Spiel, ne? Wer hat Corona im Spiel? Ich... Donuts! Was? Was? Was für Corona? Naja, jemand hat Corona im Spiel! Das geht gar nicht! Wer hat hier Corona? Ähm... Ähm... Frixi! Frixi! Mh... Mh... Was? Mh... Was? Ich warte, Baumwolle schnitt sich besser! Was denn jetzt passiert? Was passiert? Achso! Was war das jetzt? Robert ist weg! Entweder ist er eingefennt und ist jetzt auf... Ne, Robert ist... Sein Internet ist abgeschissen! Oh, scheiße! Ich glaube, er hätte schon was gesagt! Wenn er geht! Ja... Wollte grad sagen, so arschig einfach so zu gehen ist er ja nicht! Ja... Ja, Robert ist kein Arschloch! Ich bin aber eins, richtig? Hehehehe Hehehe... Immer doch! Danke, Rex! Äh... Dex... Danke, Dex! Rex! Rex! Danke, Dex! Du dass... Rex... Das ist der beste Name, die ich gehört habe! Dex werde ich nie in meinem Leben vergessen, dass ich ein Arschloch für dich bin! Rex! muss ich das wie noch umbringen sehr oft würde ich behaupten ob er fliegt fliegt also wieder zum berg so langsam auf den keks ich habe kein fleisch mehr das ist dann wiederum das ist dann wiederum das ist dann wiederum traurig die hat dann die luftröhre zugedrückt und sie ist dann elendlich erstickt kurzen augenblick tatsächlich davon aus dass du von david spricht weil du weil du hase gesagt nein ich bin zu feld ich komme nämlich ich kann den nämlich nicht bewegen wenn ich so fett bin das ist mein problem du warst doch mit ihr mit ihr eben draußen ja deswegen frage ich sie gerade ob sie da hingefinkt hat guckt sie dich denn schon so lustig an oder ja sie guckt mich so richtig nicht so lange aber ist nichts passiert das fliegt in die falsche richtung habt ihr die jetzt so weit es geht jetzt trocken bekommen oder ist es noch ab und an immer noch so das ist schon krass ja es ist das ist das ist fortschritt meiner meinung nach auch wenn ich auch mit den pibimatten hat sie ziemlich schnell kraftverbrechung und viele kriegen das nicht hin dass ihre hunde auf die pibimatten machen und du hör auf deine pibimatte weg zu machen du hast da einfach auf die pibimatte ja auch ein ganzes haus verteilt ne das muss so schlimm sein ich hab auch nicht gerade günstig sowas kannst du nochmal rauf gehen ich werde es nicht aufschrauben ich müsste da rauf gehen mikasa ist zu kassler wahl wieso bleibe ich immer an den drachen stecken das ist nervig der taxi ist einfach aber ich bin jetzt endlich umbauen wäre echt lieb wie sieht mit essen aus habe ich könnte jetzt langsam essen gebrauchen deswegen ja aber ich finde das lager vorher nicht was du gemacht hast vor dem schild kittys haus nicht schlimm man kann kannst du alles aufnehmen wenn du magst aber das robot nicht noch mal reinkommt stört mich gerade etwas immer er ist sehr sehr schüchterner typ ja aber er ist sehr sehr zurückhaltend ich kenne ihn lang genug um das zu wissen nein ich habe ihn damals und wann war das 2011 glaube ich ich weiß nicht mehr wie lange ich gewohnt habe damals 212 2013 war ich damals bei war ich damals auf dem kinderfest bei uns da wo ich damals gewohnt habe und da ist es tatsächlich so gewesen dass ich da einen dass ich da sebastian der hat damals auch mit dem merseburg süd gewohnt dass ich halt mit ihm ja wir haben uns dann zufällig kennengelernt und ja einfach so eine gegend oder aber wir kennen uns schon so gesehen seit mehr als zehn jahren die genau also ich weiß nicht mehr wie das noch mal war glaube was die hat kurze frage wer ist alles im lager also die bei uns in der base ich bin gerade dabei erst mal auch mein mein kleines häuschen zu bauen ich mag aber ja ich mag bloß eure meinung dazu machen weil ich ja nach wie vor mit der jetzt neuen mod ja noch ein bisschen am rumprobieren würden was so alles möglich ist oh wow das ist ja mal krass nein soll es einfach nur passiv sein was die nicht passiv und füllen wo denn wo ist der krank aus alter ja richtig hübsch ja und vor allem denn ist ein kreativ modus und er wird kreativ was ich cool finde ist hier an der seite die schmale treppe die ich hingekriegt habe jetzt fliegt er schon wird auch weg kümmerst du dich jetzt gerade echt um den quetzal ich versuch es ja halt der fliegt so scheiße ja die eine treppe hier hast du noch nicht entdeckt war doch habe ich und ihr verfehlt jedes mal ich kann ihn nicht treffen kurz meinen zweiten energy öffnen und dann wendet er plötzlich mann der so unvorhersehbar habe ich noch stein ich glaube stein habe ich bei dir irgendwo mal reingedonert oder ich habe sein inventar warte mal schönes lager wahrscheinlich machen aber das ist mittelalterlich ja das passt eher zu arg oder so ja weil das was jetzt gebaut hast du sehr mittelalterlich aus ich habe es jetzt einfach umgebracht das ist mir nichts wert ich habe hier fast ich weiß nicht wie lange ich das gebraucht habe jetzt aber das ist das ist wirklich passiert nicht da quetzal da ist einfach wie so scheiße durch die gegend geflogen das hätten wir noch holz und stroh i hate him so much very 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 much ich habe einen kino schnecke will jemand zäh ja wir haben noch keinen gemüsepuchen ach komm mal auf den musste äh kochen nein jetzt habe ich den falschen getroffen und dafür brauchen wir auch Honig oh dieser blöde Diplotokuss heute kriege ich gar nicht hin ne oh ah hier oh man jetzt ich bin bereit natürlich kommen jetzt noch ein paar wilde Viecher hierher ich bin ich bin ich bin Schrappthorn nein der hat meine armenbrust kaputt gemacht wo ist da heute bei dir der Wurm drin du bist da heute bei dir der Wurm drin du bist halt der Wurm nicht Kröte ah 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 fliegt auch noch hinter dem scheiß Ding her ich wäre auf deinen rücken Mensch ohne dich fühle ich mich hilflos wir haben keinen Zug für die daher können wir die nicht auf der Map einfach drauf haben oh flieg doch einfach zu mir Mensch oh nein stimmt ich hab ja auch meinen hier meine Laterale hm ich hab noch ähm warte einen roten glaube ich jetzt ist meine armenbrust kaputt ich glaub's nicht ich brauch ne neue warte mal ich hatte doch noch einen vorräten hier wie hieß die nochmal wo ist die Kampftoro Karen ah hier guck dir den mal an der ist einfach mal und einfach hier rein tauschen äh wieder fertig ausgerüstet cool jeder bastelt da grad sein eigenes sein eigenes bitte ja ich kann auch ein provisorisches Lager draus machen alter ist das ein fettes Rudel ey oi dein Pferdeleid hat dein eigenes Licht das ist voll geil wieso ist die so hübsch ok wer ist hübsch so nö noch ein bisschen Fleisch ich bin eher Fan von Rafa wie soll ich bin eher Fan von Rafa wie soll lass uns ein Dex machen dämlich siehst du aus wie ein Tiger ich hab auch noch ne Revenger halt na schön bist du halt langweilig die haben mehr Rudelbonus die haben mehr Rudelbonus ach die ist eine Schnecke die ist eine Schnecke zu Hause die ist eine Schnecke zu Hause aber die sind die krallen in die Sterizinosau für die Haare ne ich wollt die grad 10 ja wie fähre ich die los Alter ich blute gerade wo ich es wieder ausprobieren will was ist das für ein Bief warte ich mach hier ein Hege warte erst dann können wir sie kurz hier rumlaufen lassen nein bei Dex du machst hier ein Hege ja ja